Hallihalleschön Leute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Together Zusammen mit dem Weltenbordener LP dabei am stillt tut meine Nizzle weißt du? Markus hat gesoffen heute müsst ihr wissen Boah ich bin in der folgenpause fast abgekackt Er ist erst so, keine Ahnung, ob er sich seine Sprücke verschluckt hat oder so, auf jeden Fall, da ist er grad voll verreckt, alter hat sich erst schon verschluckt die ganze Zeit. Ah geil. Es wäre witzig gewesen, wenn du jetzt einfach so gestorben wärst, so ein Teenspeak, alter und so. Ja, das wäre letztellos, oh nee. Ja, ich hätte gelacht. Boah, ich bin gerade, Leute, die können da suchen, oh, wohl von mir. Warum was los hast du, was sind jetzt eigentlich mit deinen Ideen, hast du dir jetzt schon abgebaut? Die hab ich ja nicht abgebaut, die hab ich in so ne Lohrenmine da, die Lohre könnte ich eigentlich mitnehmen, dann könnten wir mal so ne U-Bahn bauen, was heißt denn davon? Oder? Ja, kann man machen. Irgendwann mal. Naja, irgendwann mal. Wenn wir so ein U-Bahn-Zentrum bauen, weil in meine Burg wird keine U-Bahn reinführen, das soll eine Festung sein, die man nur durch einheitliches Tor beschreiten kann. Okay, bei mir backen die Spinner da rum, läuft. 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 Also das bestimmt schon der dritte oder vierte ist Spinsporner hier, Spinsporner. Spinsporner, ja. Spinsporner, ja. Spinsporner, ey. Das ist schon der Spinsporner. Der Spinsporner, ey. Aber so gesch... Spinsporner, Spinsporner. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier auf jeden Fall echt super. Ne? Ja. Alter, so viel Stein. Ich glaube, komm, ich hacke jetzt noch die Spitzhacke kaputt. Dann müssten wir doch theoretisch genug Kobbel haben, um diese Burg fertig zu bauen, beziehungsweise wenigstens die Mauern fertig hochzuziehen. Hallo? Jemand da heute? Was denn? Hätte hier auch noch jede Menge Schienen im Angebot, soll ich dich hier auch mitnehmen? Ja, na klar. Da brauchen wir uns nicht umso unsinnig welche Craften, da haben wir wenigstens schon mal die Eisen-Schienen. Da haben wir uns wenigstens schon mal viel Eisen. Im Endeffekt. Aber die kosten ja auch ne Menge. Ja. Das kosten ja auch so sehr, sehr viel, leider. Aber es regnet einfach schon wieder. Ich habe ohne Witz hier, man kann nachlesen. Ich habe gerade noch hier Niederschlag ausgemacht und auf Tag gesetzt, ne? Oh, was habe ich immer gebringt denn jetzt? Oh, was? Es geht einfach wieder los. Es regnet einfach wieder, Alter. Ich höre, das Wetter will mich trollen, ey. Immer wenn ich Regen ausmachen will, kommt er zurück, ey. Und... Keine Ahnung. Bist du noch im Trollolol-Mode? What? Mode? Mode, Mode, Mode. Der Server ist im Trollolol-Mode, ja. Aber ich nicht. So und ganz ehrlich, ich werde das jetzt einfach nochmal Trollol-Downfall machen, weil ich habe keinen Bock, dass ihr dauernd Folgen bekommt, wo es nur regnet. Wieso an allen Tagen ist es so viel schöner? Boah, ich habe schon wieder den nächsten Spinsportler, ich drehe hier am Rad, weil die... Ja, alle mitnehmen. Wenn man es könnte mit Zwiebelpatschen oder so, das ist egal. Ich weiß gar nicht, kann man das? Ne, ne? Weiß nicht. Interessiert mich auch gerade nicht. Ich werde jetzt da runter gehen und werde kämpfen wie so ein Ritter. Wie so ein Ritter? Du musst eher sterben wie ein Ritter. Ja, glaube ich allerdings auch, egal. Hoffen wir es mal. Alter. Alter. Nur weil ich dir das habe, Alter. Ist mir voll egal. Du sollst ja sterben. Du gönnst mir meinen Erfolg nicht. Weißt du? Doch, ich gönne dir deinen Erfolg, wenn du mir meine 15 Eisen gibst. Ja, kriegst du doch. Ich habe doch über fast 3 Stacks, was willst du von mir? Ja, okay. Ich gönne dir trotzdem den Erfolg nicht. Ja genau, wo kommen die alle weg, ey. Komm, leck mich doch. Ich gehe da jetzt runter. Ja, dann geh hin und sterbe los. Wie ein Ritter. Wie du gesagt hast. Wie ein Ritter. Wir haben wie ein Ritter. Ach, die kommen von da unten alle weg. Warte mal, ich guck erstmal hier, ob ich hier alles abgecheckt habe. Wenn nicht. Weil wir räuchten auch noch. Warte mal. Die Lore nehme ich mal mit. Auf G-Deutsch, der haben die Dritter. Nicht die Truhe, er braucht die Lore. Ich bin gerade überlegen. Ne, ne. Ne, dafür müsst ihr voll gesehen haben. Wenn ihr, wenn ihr wisst, irgendwas hier am überlegen war. Ich sag keine Ruhe. Warte auf Leute. Ach, da ist der N-Name. Ne, jetzt weißt ihr auch wo der ist. Wie wir denn? Das sieht so schön aus dem Shader. Das ist so schön. So toll. Oh. Achso. Ich dachte jetzt schon, ich hätte kein Kabel mehr. Denn ich habe ihn mitgeweint. So viel Kabel. Leute, wir brauchen ein paar Fackeln hier. Da fackel ich nicht lange. Komm. Der war so schlecht. Ich wusste aber, dass der kommt irgendwie. Ich wusste es. Meine Fresse. So. Bau einfach weiter. Ich kommentiere das lieber gar nicht mehr. Einfach nicht kommentieren. Einfach labern lassen. So, die zweite Mauer ist auch fast fertig. So. Aua. Aua. Ja, verreck. Los. Würdest du dir echt gönnen, wenn du sterben würdest. Also, stirbst du bitte? Ja, nein vielleicht. Nein. Oh, warum denn nicht? Pflück doch mal bitte. Sonst. Keine Ahnung. Es wäre doch so doof, wenn du jetzt nicht sterben würdest. Oh, ich bin gerade höchst konzentriert, Leute. Leute, schreibt mal. Schreibt mal. Schreibt mal unter Marco Senator für sein Video. Hashtag stärker bisschen. Würde ich echt gut finden. Natürlich sollen nur Minecraft sterben nicht in real life. Das wissen wir ja alle. Ähm. Ich habe mich gerade verschluckt. Ja, genau. Ich habe einen Spucke verschluckt. Weißt du? Weißt du? Weißt du? So wie du vor der Aufnahme. Dann bin ich zwar an Wasser fast verreckt, aber läuft. Oder an Wasser, ja. Ist auch egal. Ist einfach das Gleiche. Kannst auch an beides ertrinken im Endeffekt. Sowohl an Spucke als auch an äh. Wasser. Weil ich mir das glaube ich. Ich glaube ich würde lieber einfach an Wasser trinken. So. Das Problem ist, Leute. Ich würde ja ganz gerne nach Hause gehen. Aber A. 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 Bin ich glaube ich über 400 Blöcke weg. Ja. Hast du denn eine Map eigentlich? Ne. Hast du Koordinaten? Die ich jetzt habe? Nein. Wo es raus ist. Ja. Bist du am Arsch, Alter. Ja. Bist du am Arsch. Bist du am Arsch. Und zweitens ist hier eine riesige Schlucht, wo einfach nur viel Lava ist. Ja. Bist du am Arsch. Wie viel Dias hast du eigentlich gefunden? Zwei. Zwei. Boah. Finde ich ja mal echt voll nett von dir, dass du mir einen abgeben möchtest. Am Arsch. Ja. Damit du ihn wieder nach Hause findest. Ja. Wie hart er kämpft, weißt du? Ja, ich habe mir auch was hart. Ich habe mir auch hart. Ich hätte mir den dann auch hart erkämpft. Eigentlich. Vielleicht. So. Was machen die Hühner? Die Hühner produzieren schön Eier. Yeah. Geil. Zwei neue Hühner gekriegt. Nice. Nice. Ey. Nice. Scheiße. Ah Leute. Ich habe sie gegeben und sind jetzt einfach nach Hause. Weißt du denn wo lang du musst? Nee. Ich will hier die Koordinaten geben. Dafür kriege ich einen halben Steck Eisen. Dafür kriege ich einen halben Steck Eisen. Geil. Weißt du? Das ist geil. Wie gesagt. So. Mach ich es nämlich hier? Ops. 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 Kleiner lag. Du. Wie gesagt. Du. Weil das Problem ist, ich habe nämlich keine Essen mehr. Das ist das größte Problem was ich habe. ich habe zwar sechs essen aber das reicht vielleicht gerade mal so von heimweg ja eben ist der server bei dir auch am legen ein bisschen bei mir gar nicht hier nichts am legen eigentlich enttäuschen zu müssen das ist nur bei dir legen das tut mir leid das stimmt und ich habe es nicht mehr ich wollte dich nicht mehr tue 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 so ich muss das hier anders machen weil das ist doof so so ja so geht es 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 noch weg so hochfahren 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 so jo so geht es so hier so speere ist es draußen dunkel ja nein es heilt es ja ich sehe es heilt heilt möchte ich dir die koordinaten gegeben jo guck mal hau mal raus x ist 115 und z ist 202 115 102 boah alter ich bin mein minus 360 und plus 5 433 wow viel spaß mit dem auch hehehe ich brauche noch mehr sand ach sand habe ich schon erde ja du meinst du schaffst du in der folge noch nieder zu kommen ich hoffe es ich hoffe es ich hoffe es soll ich schlafen gehen ach ne bringt ja nichts du hast ja keine Wolle in der nähe oder so ne nein könnte ich zwar töten aber doll zom alter verpiss dich doch verpiss dich doch verpiss dich doch so zom du das kann aber abgehandelt werden das das ja doch ich denke mal ich schaff das bis nach hause zu kommen ja 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 folgt das ist gut dann kannst du ja mal bei meiner Burg vorbeischauen da du eh die direkten koordinaten zu meiner Burg hast komm her Kür ich weiß sehr droll ich und wolle Kinder machen also du und der hier ah hier war ich ja jetzt bin ich hier du und du und du boah so viel so viele Skelette digga ach Skelette sag ich schon Zombies meine ich ja nice boah meine Kuhfarm die geht voll ab hier doch ich bin jetzt bei minus knapp 90 und plus z 309 also gleich zuhause du musst x ins plus von 129 und z musst du 336 dumm schnitt und hier unten muss mal heller werden das ist viel zu dunkel hier viel zu dunkel ja das denke ich mir auch grad so zack 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 joa die Hühnerfarm die wird schon irgendwie voll jetzt schon ja jetzt mein Minecraft war da am Längen aber es geht gar nicht ich 10.000 minuten später das Fallschaden ja der Minecraft ist am Lagen aber ich würde sagen wir sehen uns dann sowieso in der nächsten Folge und verabschieden uns mit einem wunderschönen Himmel wohlgemerkt und es fängt sowieso wieder an zu regnen also von daher joa und ich seh gar nichts mehr tschüss tschüss schon Markus kann die Abmoderation machen und ich kann mich zurücklehnen und äh bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen äh schaut doch mal mein lieben Weltenbomber AFP vorbei wir sehen uns beim nächsten Mal wieder machts gut bleibt wie ihr seid und tschüssikowski tschüss 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 tschüss